hallo leute und herzlich willkommen zurück bei dying lights wir werden uns tarnen und rein zu gehen das ist gut schicken wir noch so super ran gemacht und jetzt gehen wir weiter gut letztes mal sind wir bis hierher gekommen auch nicht von dir was haben wir hier alles eigentlich nicht viel deshalb das ist einer von ihnen okay es kommt immer ein funkspruch okay der zweite ist auch tot keine große überraschung reismänner moment reismänner was machen die hier keine notiz aber sonst gut die waren sind unversehrt gut aber wo sind sie ich bin jetzt bei dieser höhle und ich habe zwei deiner brüder gefunden tot ich habe auch einen notruf gehört irgendwas über waren die aber nicht hier sind dann wurden sie also wirklich gestohlen bitte sie dich weiter um wir versuchen mehr über den dritten bruder in erfahren zu bringen nehmt euch in acht wenn ihr orangefarbene uniformen seht oder ein symbol mit drei horizontalen streifen wie bitte die banditen hier das sind drei schläger sie sind schlimmer als die untoten was in haran passiert ist geht größtenteils auf ihr konto verstehe danke kyle die info wird uns sicherlich noch nützlich sein ja ja es sei denn sie wurden schon infiltriert aber hä oh 0x5 ok gut ah dort vorne ist das gas oh und wasser gut hier können wir nichts machen oder ok rückeroberung gut hier haben wir tonnenweise selbstgebaute granaten bedemmt ok am besten Ja, machen wir es so Und Gut, vorerst sollte das aushelfen Wir drehen Hier den Kopf oben dann Tarnen wir uns Widerliche Grütze Falscher Weg Da entlang Warum töten sie Warum sterben die nicht Vielleicht weil sie in der frischen Luft sind Okay, dann mal weiter Zurück zum Auto Verdammt, wo habe ich das Auto so weit weg parkiert Rennplakat Vielleicht sollte Gebiet säubern Folgen sie den Hinweisen Ah, diese Hinweise Wohl ganz leicht Säubern sie das Gebiet Von mir Oder Oder ich säubere dieses andere Gebiet da Hm Crane Wir haben den Kontakt zu jemandem verloren, der eine spezielle Aufgabe für die Mutter erledigte Wir möchten dich bitten, nach ihm zu sehen und... Ihm zu helfen, falls nötig, richtig? Genau. Der Mutter wäre es sehr wichtig, dass dieser Mann beendet, was er begonnen hat. Okay, wie heißt er? Attila. Er ist Ethnograph und arbeitet in Mutters Landhaus. Das ist das große Gebäude oben auf den Klippen. Gut. Wir nehmen das an. Oben auf den Klippen? Hier? Okay. Oh. Da ist mein Buggy. Der Buggy. Gut, Moment. Verdammt. Gut. Wir haben etwas gefunden. Und den... Hm. Gut. So. Einmal die Karte rein und dann... Dann öffnen. Und zwar mit voller Kraft! Weg, 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 weg. So, ist das eine MP? Hm. Okay, was kann weg? Klein, meine Vaters Messer. Das zerlegen wir mal. Das zerlegen wir mal. Nehmen diese MP. Diese MP tauschen wir dann mal gegen die Schrottflinte aus. So, kurz nachladen. So, kurz nachladen. Aha. Gut. Hm. Scheint witzig zu sein. Und auch schnell nachgeladen. Gut, damit kann ich leben. Mein Auto ist nochmal hier. Schmierstoffe. Gut, 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 gut. Schmierstoffe. Sehr gut. Extrem viele Schmierstoffe. Hm. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Auto wieder. Das bedeutet meistens, sie greifen an. Gut, das haben wir. Okay. Echt nichts. Ausnahmsweise könnt ihr mal was für mehr tun. Bringt ihn ab. Oh, der Toller. Gut zu wissen. Hm. Oh, pass aus. Fack. 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 Wow, 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 wow. Okay, das war ziemlich nah. Okay. Gut, mal sehen, was der gute Mann zu bieten hat. Hallo, Reisender. Was brauchen Sie? Ja. 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 So, alle tot. Was ich brauche, ist die ganz einfache, vielleicht Munition oder so etwas in der Art. Ähm. Ja, danke. Erstklassiges Bastardschwert, nur für kurze Zeit. Okay, kaufen wir so. Und, ah. Okay, dann verkaufen wir ein paar Sachen hier vorne. Ja, das können weg, Stunkewerke, können auch weg. Ja. Ja. Fackeln. Oh ja, das ganze Zeug von Wert kann auch weg. Hm. Duell haben wir vier. Nachtschlacht. Aber hiervon können auch ein paar Sachen weg. Und die geht's da, 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 da. Das und da. Ah, verdammt. Okay, das kann nicht mehr repariert werden, oder? Nee. Kann weg. Das auch. Im Moment habe ich die... Schrottflinte, die ich verkauft habe. Ach, was soll's. Ich kriege sicher irgendwo eine bessere. Chemikalie. Gut, okay. Da wir jetzt hier sind, kann ich ein paar Schrauben kaufen. Äh, was haben wir noch? Klebeband, Plastikteil. Pistolenmunition, okay. Gewehrmunition, okay. Schrottflintmunition, alles kaufen. MP-Munition. Alles kaufen. Ganz trotzdem. Gut, gut, gut. Gut. Wow. Das ist ein Messer. Erstklassiger Bastard. Nee. Das ist ein Schwert. Das hier ist ein Messer. Aber, mhm. Nee. Fremder. Fremder. Also, das hätten wir... Okay, die hätten wir auch getötet. Und, bevor wir es vergessen. So. Können wir... Ah, verdammt. Kunststoff fehlt uns noch. Haben wir Son... Was haben wir... Kunststoff fehlt uns noch. Beschleunigung. Und hiervon haben wir nichts. Gut. Wir können verbleibende Reparaturen. Verdammt. Ja. Ja. Ja, das waren die Bremsbeläge. Reifen haben wir keine. Da haben wir beschleunigt. Wieso kommen die auf uns zugerasst, wenn... Ja. Warum kommen die auf uns zugerasst, wenn... Neue Ausrüstung? Willkommen. Ja, ja. Äh. Kunststoffteil heißt es, oder? Nagel, dadadadadadadadadadadu. Sprühdose, Chemikalie. Batterie, Stahlrohr. Nein, nichts. Hm. Fuck. Muss unbedingt die... die Dinger treffen. Okay. gut wo sind wir auch der kunde der ort ist mir eigentlich egal aber hierüber müssen wir schon gehen aus dem weg erloschen okay gut sollten bald bei der schöne sein das heißt die scheune meine bei jazir so rückwärtsgang so perfekt hatten wir ja genau okay was wollen wir machen versteckt rammstange ermöglicht es ihnen das abgol versteckte rammstange einzubauen wenn sie damit durch zombie harten pflügen bleibt nur eine reihe masse übrig perfekt entwürfe genau kunststoff okay das ist diese farbe violett ja wollen sie ja ja ich will sicher sicher will er nicht schrauben kann ich gleich nehmen der rest leider noch verdammt dann legen wir die hier das bringt paar punkte und sonst noch irgendetwas nein gut okay nach langer überlegung die wollen nicht mit mir reden moni das rabbit okay hallo nein keiner von denen will mit mir reden dabei bin ich so etwas wie ein messias und dankbare bande aber ich würde sagen das war es für diese google talisman warte bevor wir diese folge beenden würde ich gerne noch es gibt ausrüstungen aber ich sehe nicht für was man kann ja nichts upgraden gut anpassen das rote habe ich im moment blumenbombe flammenlagerung standardlagerung ne die ist am besten geile spikes gut ich würde aber sagen das war es für diese folge also liebe leute bis zum nächsten mal tschau tschau